In der Türkei gibt es einfach keine Zigarren, also es ist sehr, sehr schwer gute Zigarren zu finden und wenn, dann wollen die für eine Zigarre so 100 Euro, wo eigentlich eine Zigarre vielleicht 7 oder 8 Euro kostet, also mega, mega toll, ich weiß nicht warum das in der Türkei so ist, immer wenn jemand mich aus Deutschland besucht, lasst mir welche zukommen oder wenn ich jetzt gerade hier duty free bin, dann versorge ich mich wieder, aber sonst wenn du in der Türkei bist und du würdest gerne Zigarren brauchen, ist es einfach sehr, 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 sehr schwer, original oder überhaupt irgendwelche guten zu bekommen.